Was ist das für ne Scheiße? Was ist denn ein Quief? Wenn eine Frau Luft aus ihrer Vagina lässt. Was ist das für die erste Frau? Was ist so witzig daran, wenn zwei Frauen Luft aus ihren Mösen in das Gesicht eines Mannes abfeuern? Zu queffen ist eine völlig normale weibliche Körperfunktion. Frauen sollten es genießen. Luft aus ihren Mösen in das Gesicht eines Mannes abfeuern. Luft aus ihren Mösen abfeuern. Luft aus ihren Mösen abfeuern. Was ist das für ne Scheiße? Tabfeuern. 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 Jetzt passen Sie mal auf. Wenn Sie mir nochmal ins Gesicht quiefen, werde ich Sie nicht mehr behandeln. Es tut mir leid, Doktor. Ich hatte noch Luft in meiner Vagina. buddy. Stefanie. ので. Bitte. Trhiin. Ne� Krieg. Es passiert nicht nochmal. Ich werde Sie nun auf Zysten untersuchen. Harry. Harry. Das ist nicht witzig. Babys yer raid. iek. vigil. Jetzt reicht's. Sie kriegen keine Jahresuntersuchung. Aber Doktor, was ist, wenn ich Krebs habe? Das hätten Sie sich überlegen sollen, bevor Sie mir dreimal ins Gesicht gequeft haben. Luft in meiner Vagina. Luft in meiner Vagina.